Die anorganische Chemie, sie ist zu unterscheiden von der organischen Chemie, man könnte sagen von der Kohlenstoffchemie. Die anorganische Chemie befasst sich mit all den Stoffen und chemischen Reaktionen, an denen die Elemente beteiligt sind, die nicht aus lebenden organischen Strukturen stammen. Mit anderen Worten, mit all den Elementen und Stoffen, die nicht das Leben erzeugt. Als da sind zum Beispiel Metalle, Halbmetalle, Salze. Diese Definition einer anorganischen Chemie stammt allerdings aus einer Zeit, wo man noch nicht so genau wusste, dass man auch alle organischen Stoffe, mittlerweile heute jedenfalls, in der organischen synthetischen Chemie aus Ausgangsprodukten herstellen kann im Labor. Ohne das Leben der Systeme damit beteiligt sind. Das heißt, diese Unterscheidung macht zwar noch Sinn, sie ist aber nicht mehr so durchgängig. Also es gibt organische Stoffe, Carbohydrate zum Beispiel, die heute zur anorganischen Chemie gezählt werden, Carbonsäure beispielsweise, obwohl sie ein Kohlenstoffatom beinhalten. Die ganze Breite der organischen Chemie, das sollte man verstehen, kommt ja daher, weil dieses wunderbare Atomkohlenstoff in der Lage ist, so viele unterschiedliche Verbindungen einzugehen und den ganzen Reichtum der organischen Chemie aufbauen kann. Wir kennen ungefähr 20.000 organische Stoffe, können wir synthetisieren heute verschiedenster Art, darunter Polymere, Plastike, Plastikfarbstoffe, Medikamente. Dieser Reichtum der organischen Chemie kommt ja auch daher, dass offensichtlich die Erde sich dieses Molekül ausgesucht hat, damit am Ende alle lebenden Strukturen aufzubauen. Also alle Pflanzen und Tiere basieren eben auf dieser organischen Kohlenstoffchemie. Und die anorganische Chemie, das sind eben dann die anderen Stoffe. Die Steine, wenn Sie so wollen, die Mineralien. Das Spannende ist aber auch die Frage, könnten wir uns Leben vorstellen, nicht auf Kohlenstoff basierend? Und da gibt es wunderbare Ideen, dass vielleicht auf anderen Planeten, anderer Sterne Leben existiert, was nicht auf der allumfassenden organischen Chemie auf dieser Erde, sondern auf zum Beispiel Siliziumchemie basiert. Und wir sollten gespannt sein, wenn der einst in allzu fernen Zeiten einmal eine Nachricht uns erreicht, einer fernen Galaxie, eines Planeten dort, dass das Leben dort eben nicht auf unserem Kohlenstoff aufgebaut ist, also die Unterscheidung zwischen organischer und anorganischer Welt auch nicht diese Rolle, wie bei uns spielt, sondern auf anderen Materialien.